Yo, hallo Leute, hier seht ihr gerade viel der Woche von mir. Wenn das ein Tor gewesen wäre, das wäre so Hammer gewesen. Guckt es euch an, Leute. Richtig Hammer gemacht von Lewandowski. Davor der Pass von Gündogan. Alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nikolaustag und haut rein. Ciao.